Freunde, was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Wir schauen uns das Ganze natürlich gleich an, aber erstmal geht's rein in die Grüße. Und zwar gehen die natürlich erstmal wieder raus an die Kanalmitglieder auf der höchsten Stufe. Adrian, Agerefo und Baskier. Männer, Kuss geht raus. Dann natürlich nochmal ein dicker fetter Shoutout raus an Adrian mit seinem 10€ Superthanks. Alter, viel zu wild. Vielen Dank, mein Lieber. Und natürlich wie jede Woche darf auch der Witz der Woche nicht fehlen. Der kommt diese Woche von Klaas, Adler, H1Q. Fritzchen ist beim Arzt und sagt, ich bin heute vom Apfelbaum gefallen. Fragt der Arzt. Hoch? Antwortet Fritzchen, nein. Runter natürlich. Macht ja auch Sinn, weil man wird ja wohl nicht den Apfelbaum hochfliegen, ne? Ach, so ein klassischer Fritzchen-Witz. Der hat uns noch gefehlt. Super Sache auf jeden Fall. Vielen Dank für das Kommentar. Und dann müsste ich jetzt nochmal kurz ein ernstes Thema ansprechen. Und zwar ein Kommentar von letzte Woche von Saud Apex, dem guten alten Kollegen. Die erste Minute skipp ich immer. 43 Likes zum Zeitpunkt, wo ich das gescreenshotet habe. Freunde, was ist da los? Müssen wir über irgendwas reden? Ich dachte, das ist der beste Part des ganzen Videos hier. Naja, wie dem auch sei, wichtiger Hinweis. Ich bin heute Abend mal wieder live auf Twitch. Ab ca. 20 Uhr, Donnerstagabend. Twitch.tv slash Easy Stretcher. Freunde, ihr kommt sehr, sehr gerne vorbei. Gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort unten, da gibt es auch einen Link, der euch direkt zu Twitch führt. Könnt ihr schon mal einen Follower lassen, dann verpasst ihr es nachher nicht. Und natürlich gehen wir jetzt direkt rein in die Eventwoche, die euch natürlich heute mal wieder präsentiert wird von... Easy Stretcher Shop. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Link in der Beschreibung. Kuss. Ich will mich kurz halten. Es ist eine Schmutzwoche. Es ist die letzte Halloween-Woche. Gott sei Dank. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den Rotz. Es ist eine Schmutzwoche, was die Geldboni angeht. Wir gehen es ganz schnell durch. Zack, zack, zack. Also, Double Money haben wir auf den Judgment Day Gegner-Modus und auf die Alien-Überlebenskämpfe. Dann haben wir Double Money auch noch auf die Straßendealer-Verkäufe. Ist vielleicht sogar gar nicht so verkehrt, aber ist auch nicht wirklich krass. Und eine wöchentliche Challenge. Und zwar müssen wir zwei Gegner-Modi gewinnen, um eine orangene, brennende Skull-Maske zu bekommen. Und auch nochmal 100.000 Dollar obendrauf. Bei den neuen Inhalten gibt es ein paar Lock-in-Boni-Zwecks-Halloween. Und zwar einmal diese Red Flaming Skull-Masks, das Halloween-Spooky-T-Shirt und den Halloween-Fallschirm-Rucksack. Und wenn man sich einloggt, gibt es auch noch alle bisherigen Dia de Muertos-Geschenke. Das wären einmal etliche verschiedene Masken und auch noch so ein Dia de Muertos-Tea. Ja, also das gibt es gratis die Woche. Toll, wirklich geil. Also da bin ich wirklich excited, Leute. Also, wow. Natürlich haben wir neue Schrotthandel-Raubüberfälle. Und zwar einmal den Gang-Raub mit dem Thunra Pantheir. Wir haben den Cargo-Schiff-Raub mit dem Lampadati Viserys. Und den Dagen-Raub mit dem Albany Brickham. Leider keins davon zu behalten diese Woche. Bei Luxury-Otos stehen der Ocelot Ardent und der Pister-Comete Safari. Bei Simeon stehen der Albany Frankensteins, der Albany Lurcher, der BF Weevil, der D-Classy Tornado Redroad und der Ines Superdiamond. Das normale Zeitrennen ist das Up-and-Adam-Zeitrennen. Das HSW-Zeitrennen ist das Texter City-Zeitrennen. Und, Freunde, denkt an die täglich sich ändernden Junk-Energy- und RC Bandido-Zeitrennen. Wir kommen zu den Fahrzeug-Rabatten, weil, ach ja, Rockstar, es gibt auch diese Woche wieder keine Immobilien-Rabatte. Kuss geht raus an der Stelle. Wir haben einmal noch natürlich, ich erwähne es jetzt nochmal schnell, diese Halloween-Rabatte, die es auch schon die letzten Wochen gab. Falls die euch interessieren, schaut sehr gerne das vorletzte Event-Wochen-Video an. Aber wir haben auch normale Fahrzeug-Rabatte. Und zwar 50% Rabatt auf den Dinka Jester als Rennauto-Version, den Ines Superdiamond. Und dann haben wir noch 30% auf den BF Weevil, den D-Classi Vemus, den Lampadati Tropos Rally und den Vulca Warner HKR. Weitere Rabatte gibt es auch noch, und zwar diese Woche tatsächlich mit eigentlich das Highlight. Es gibt den Up-and-Adamizer beim Gun-Van, falls ihr ihn noch nicht habt. 30% reduziert, holt euch das Ding, falls ihr ihn noch nicht habt. Wie gesagt, sehr, sehr praktisches Ding. Und natürlich kommen wir auch noch zum Podiumsfahrzeug, Freunde. Da ist der Dinka Sugoi. Der würde euch normalerweise bis zu 1,2 Millionen kosten. Also, wie jede Woche versucht er euer Glück. Und zu guter Letzt natürlich noch das LS-K-Mit-Preisfahrzeug, Freunde. Das ist der Bravado Gauntlet Classic. Der würde euch normalerweise etwa 600.000 Dollar kosten. Ist jetzt nicht wirklich special. Deswegen müsst ihr auch nur zwei Tage in Folge unter die Top 5 in einem LS-K-Mit drin gelangen. Und dann passt das. Die Testfahrzeuge im LS-K-Mit sind der D-Classi Vemus, der Dinka Jester, der Ocelot XA21 und das Premium Test-Has-W-Fahrzeug ist der bewaffnete Ignus. Sehr, sehr geil, Diggi. Und damit war es das dann auch schon mit der heutigen Event-Woche, Freunde. Ich sage es nochmal neu. Alle, die jetzt diesen ganzen Halloween-Kram genießen, Freunde, genießt es nochmal eine Woche. Das war jetzt die letzte Woche, höchstwahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also das wäre jetzt ziemlich komisch, wenn es nicht so wäre, sind wir mal ehrlich. Ich persönlich bin froh, wenn dieser Halloween-Kram rum ist. Hab das eigentlich ganz gut unbeschadet überstanden. Hab gar nicht so viel gezockt GTA in der Zeit. Also alles im Rahmen, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Event-Woche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, folgt gerne rein auf Twitch. Folgt gerne rein auf Instagram. Checkt allgemein alle Socials gerne unten in der Videobeschreibung ab. Und kommt natürlich auch gerne rein in die GTA Online-Crew zum Mitzocken und in unseren Discord. Wie gesagt, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Ganz einfach zu finden. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß diese Woche. Wir sehen uns nachher im Stream oder im nächsten Video. Soll das mit der Hand hier. Ciao. Soll das mit der Hand hier. 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 Soll das mit der Hand hier.